Herzlich Willkommen zum ersten Adventskalender auf Brauni TV. Uns ist etwas Großes gelungen, aber wen meine ich denn überhaupt mit uns? Denn ich mache den Kanal ja ganz alleine. Mit uns meine ich jede Menge kleine Film-YouTuber. Und entschuldigt übrigens noch ein bisschen meine Stimme, denn ich habe seit etwa eineinhalb Wochen die Freck und es wird einfach irgendwie nicht richtig besser. Als ich die Idee dafür hatte, so einen Adventskalender auch mal in so einem kleinen Kanal zu machen, hätte ich niemals damit gerechnet, so eine Resonanz von so vielen YouTubern zu bekommen. Fast jeder, den ich angeschrieben habe, hat direkt zugesagt. Und auch die Freundlichkeit und der Respekt gegenüber einander war einfach atemberaubend. Und dazu kommt auch noch, dass ich euch auch ein paar Highlights präsentieren darf, die ihr in diesem Adventskalender auch noch zu sehen bekommt. Das Thema dieses Adventskalenders ist es, seinen Lieblingsfilm zu präsentieren und zu erklären und deutlich zu machen, warum er einem so wichtig ist. Nicht jeder hat dann im Endeffekt seinen Lieblingsfilm genommen, auch weil er aus verschiedenen Gründen schon so oft darüber gesprochen hat. Deswegen haben einige dann auch einfach einen anderen Film genommen, der ihnen sehr am Herzen liegt. So ist es bei mir nämlich zum Beispiel auch und damit werde ich auch diesen Adventskalender eröffnen. Im Normalfall müsste ich nämlich zum Beispiel Herr der Ringe präsentieren. Mein absoluter Lieblingsfilm, für mich ist der einfach perfekt. Aber aus zwei Gründen werde ich das nicht tun. Unter anderem, weil ich diesen Film keinen wegschnappen wollte. Und zum Zweiten einfach, weil ich auf meinem Kanal den Film natürlich auch noch separat präsentieren kann. Also habe ich eigentlich keinen Grund, hier ihn mit voller Prachialgewalt durchsetzen zu müssen. Welchen Film werde ich euch also hier präsentieren? Es ist der Film, der meine große Leidenschaft für das große Kino erst so richtig erweckt hat. Und das Ganze, obwohl ich ihn bis jetzt leider noch nie im Kino sehen konnte. Ein kleiner Bub aus der Pfalz sieht zum ersten Mal Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Ralf Möller, Gladiator. Von der ersten Minute an, als Maximus Dezimus Meridius mit seiner Hand über das Getreidefeld gestrichen hat, war ich von diesem Monumentalfilm einfach nur begeistert und hat mich in seinen Bann gezogen. Zwei Stunden und 35 Minuten. Und dieser Film wird für mich einfach in keiner Sekunde langweilig. Maximus ist Tribun des römischen Kaisers Markus Aurelius und dessen bester Kämpfer und Anführer seiner Truppen. Er ist intelligent, stark, geschickt und empathisch. Und so sollte genau er Nachfolger des römischen Kaisers werden, der weiß, dass er wohl nicht mehr lange zu leben hat. Und das, obwohl Markus Aurelius einen Sohn hat, den er allerdings ganz und gar nicht für geeignet ansieht. Jedoch sollte alles ganz anders kommen als gedacht und Maximus wird einen ganz anderen und viel, viel schwereren Weg bestreiten müssen, als es eigentlich vorgesehen war. 23 Jahre ist dieser Film jetzt alt und seine CGI-Effekte sehen immer noch deutlich besser aus, als unendlich viele Produktionen, die heute so auf den Markt geworfen werden. Und unterstützt wird das Ganze noch durch jede Menge handgemachte Effekte. Der Antagonist von Maximus, gespielt von Joaquin Phoenix, trägt diesen Film von Anfang bis Ende vollkommen mit. Er ist ein Feinbild mit unfassbar vielen Facetten. Tragische Figur, liebende Person, eine Person, die großen, großen Hass in sich trägt und noch viel, viel mehr. Mit diesem großartigen Cast um Russell Crowe herum ist es Ridley Scott gelungen, meinen ersten Actionhelden zu etablieren. Vor allen Dingen meinen ersten erwachsenen Actionhelden. Keine Power Rangers und kein Humpelmann gekämpft. Nein, der erste richtige Film-Actionheld. Maximus, mit dem ich immer wieder mitleide in seinen schwersten Zeiten und an dessen Seite ich kämpfen möchte, um seine wichtigsten Werte zu verteidigen. Ich hoffe, euch hat damit das erste Video meines Adventskalenders gefallen. Ab morgen geht es dann mit meinen Gästen weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit unserem Adventskalender und mit den nächsten 23 Türchen. Bis dann. Ciao.